. Das heißt, Sie können jetzt schon Ihre Bestellung aufgeben. Und die Maschine ist wirklich so frisch, dass sie noch in dem aktuellen Katalog vorhanden ist. Da allerdings noch für 299,90 Euro im Programm, oder? Ja, aus dem Hause Rosenstein und Söhne. Unsere tolle Thermo-Koch- und Mixmaschine hier. Und sie ist jetzt wirklich da, sie ist lieferbar. Wenn Sie eine haben möchten zum TV-Sonderpreis, dann greifen Sie bitte schnell zu. Und die kann wirklich alles. Hast du so ein Gerät schon mal gesehen? Nee, um ehrlich zu sein, nein. Erst recht nicht mit diesem umfangreichen Zubehör für so einen verschwindend geringen Preis. Egal, ob wir von Kochen sprechen, Dampf garen, konzentriertes Erhitzen, Zerkleinern, Rühren, Malen, Kneten, Mixen, Schaumischlagen oder auch Emulgieren zum Beispiel bei einer Mayonnaise. Das alles kann die Maschine. Und das mit einer Präzision und mit einer Sorgfalt, die ist also wirklich atemberaubend. Und das für so kleines Geld. Küchenmaschinen auf diesem Niveau liegen normalerweise auch gut und gern schon mal im vierstelligen Bereich, ne? Ja, normalerweise im vierstelligen Bereich. Bei uns hier nicht. Bei uns gibt's die zum TV-Sonderpreis. Und du hast es schon gesagt, wir werden sie natürlich in weiteren Sendungen noch mal ausführlicher vorstellen. Aber wir haben sie jetzt schon da und wollten sie deshalb schon mal informieren und ihnen sagen, sie ist jetzt lieferbar. Sie können jetzt schon zugreifen, wenn sie auch ein Freund von diesen tollen Thermokoch- und Mixmaschinen sind und schon immer eine haben wollten. Dann hier, sie ist da aus dem Hause Rosenstein und Söhne in diesem schicken Lackschwarz hier gehalten mit den ganzen Aufsätzen. Sie sind alle direkt inklusive. Egal, ob man jetzt den zerkleinerer Aufsatz haben möchte, den dampfgarer Aufsatz und, und, und. Die sind alle direkt hier mit dabei. Ein tolles übersichtliches Display hier, wo man die Temperatur oder auch Zerkleinerungsgeschwindigkeit und alles wunderbar einstellen kann. Und du hast es angesprochen, man kann mit dieser Maschine wirklich alles machen. Egal, ob kochen, garen, erhitzen, mixen, es ist alles möglich. Die knetet den Teig für ein, fängt gerade bei Suppen perfekt für Suppen und Soßen geeignet. Der zerkleinert hier wirklich das Gemüse und wärmt die Soße gleichzeitig warm oder die Suppe. Also gerade, wenn man mal so eine Kürbissuppe oder sowas machen will, hier wird das Gemüse direkt zerkleinert und dann auch direkt alles erwärmt. Man kann hier oben über den Einfüllstutzen dann die unterschiedlichen Zutaten immer nachfüllen. Es geht so einfach. Man spart sich so viel Zeit. Man hat mehr Zeit, um vielleicht einfach mal in der Küche zu entspannen und ein gutes Buch zu lesen. Vielleicht ein bisschen in der Zeitschrift zu blättern oder den einen oder anderen Kaffee zu trinken. Weil ab jetzt macht die Thermokoch- und Mixmaschine dann ihre Arbeit. Ich finde das alleine schon irre, dass du hier wirklich Suppen zubereiten kannst, die es frischer einfach nicht geben kann. Das heißt, du packst die Zutaten da rein, die werden zerkleinert, gleichzeitig schon mit erhitzt. Das heißt, innerhalb von wenigen Minuten hast du eine komplette Suppe zubereitet, die auch noch warm ist, essfertig auf den Tisch kommt. Wie genial ist das denn? Ich habe eigentlich wenig Spül und das bisschen, was ich spülen sollte, kann ich sogar noch in die Spülmaschine reinpacken. Natürlich alles aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Die Schneidmesser zum Beispiel, die ganzen Rühraufsätze, die dabei sind, alles rostfreier Edelstahl. Das heißt hier sämtliche beweglichen Teile ganz einfach mal eben schnell in die Spülmaschine und dann hast du Ruhe oder ganz einfach mal unter fließend Wasser ausreinigen. Also das Zubehör ist fantastisch. Einige Bilder haben wir gerade schon davon gesehen, was man alles Leckeres damit zubereiten kann. Jetzt werden wir uns in den nächsten Tagen die Aufgabe stellen, mal ordentlich einzukaufen und Ihnen die Maschine dann auch entsprechend in voller Funktion dann vorzuführen. Und hier sehen wir noch mal die Beispiele, die wir gerade schon mal kurz angesprochen haben. All das, was Sie gerade hier auf den Fotos zunächst einmal zu sehen bekommen, kann man jederzeit mit dieser tollen Maschine herstellen. Und Dampfgarn so gesund. Und kalorienbewusstes Essen hier. Also wirklich fantastisch. Bei Pearl momentan im Katalog. Der eine oder andere wird ihn schon zu Hause haben und sicherlich auch schon mal einen Blick drauf geworfen haben. Für 299,90 Euro. Bei uns gibt es die Thermo-Koch- und Mixmaschine für 284,91 Euro. Das ist unser TV-Sonderpreis. Sie können jetzt bestellen. Der Preis gilt im Laufe dieser Breaking News und maximal zwei Stunden danach. Bestellnummer ist die NC 3796 und die 569. Und viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.